Wie du mühelos am Sekretariat vorbeikommst und zum Entscheider durchgestellt wirst. Das ist immer so die erste Herausforderung, vor der man steht. Man wählt eine Nummer, in der Regel hat man nicht die direkte Durchwahl des Entscheiders und dann kommt man erstmal irgendwo in der Zentrale raus. Dann wird man vielleicht nochmal weitergestellt zur persönlichen Assistenz. Das ist gerade der Fall, wenn man bei größeren Unternehmen anruft, aber vielleicht ist es einfach nur die Zentrale, die dann direkt zum Entscheider durchstellt. Und wie gehst du mit dieser Situation optimalerweise um? Du findest auf diesem Kanal einige Videos, wo ich es auch mal live demonstriere. Das heißt, du findest auch live Beispiele von mir, wie ich mich durchstellen lasse. Es gibt auch ein Video, musst du mal so ein bisschen nachsuchen. Da lasse ich mich fünfmal hintereinander, ohne dass da ein Schnitt drin ist. Fünfmal hintereinander, ich rufe bei fünf verschiedenen Unternehmen an, lasse mich durchstellen, wenn ich durchgestellt wurde, lege ich wieder auf, rufe den nächsten an und so weiter. Fünfmal hintereinander, du siehst, das ganze Ding funktioniert richtig, richtig gut. Und dazu musst du jetzt aber noch etwas wissen. Und zwar, es kommt nicht alleine nur auf den Text an, sondern es gibt da eben auch noch so ein paar andere Dinge, die dir dabei helfen, dass du eben wesentlich häufiger und mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit am Sekretariat vorbeikommst. Und zwar ohne, dass du so lästige Rückfragen bekommst, wie zum Beispiel, um was geht es denn? Hatten sie schon mal Kontakt und ohne, dass diese Aussage kommt, schicken sie mal erstmal eine E-Mail an info-at, liest sich sowieso keiner durch, .de. Ja, das macht alles gar keinen Sinn. Das ist immer sehr frustrierend, wenn man dann diese erste Hürde nicht mehr überwinden kann. Was solltest du wissen, damit es dir in Zukunft viel häufiger gelingt? Naja, die erste Grundregel ist eigentlich, dass du so ein bisschen unter dem Radar bleiben solltest. Das heißt, du darfst eigentlich nicht großartig als Verkäufer auffallen, wenn du dort in der Zentrale bist. Sobald die merken, dass du ein Verkäufer bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du abgewimmelt wirst, dass du dann eben die E-Mail-Info-at schicken sollst. Warum ist das so? Naja, der Verkäufer hat eben gerade bei uns im deutschsprachigen Raum nicht gerade so den besten Ruf, nicht gerade so das beste Sending. Da gibt es ganz viele Reportagen und auch in großen Zeitungen immer mal wieder irgendwelche Artikel. Verkäufer zieht Oma über den Tisch, Verkäufer sind irgendwelche schwierigen Typen, die nur an ihre eigenen Provisionen interessiert sind und so weiter. Diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen, die hat man nun mal hier im deutschsprachigen Raum. Ganz, ganz viele Menschen haben daher so ein bisschen so dieses Vorurteil, wenn da jetzt ein Verkäufer anruft, den wollen wir nicht durchstellen, weil der will uns nur irgendwas an die Wacke labern. Der will uns irgendwas irgendwie anbieten, was wir gar nicht brauchen. Der will uns irgendwas verkaufen. Wenn wir da ja Interesse daran hätten, dann hätte der Chef sich ja schon bei dem gemeldet. Also wir wollen hier eigentlich, wir kaufen nichts. Und das ist die Einstellung, die ganz, ganz viele haben, die du dort erreichen wirst in der Zentrale, dass die Leute sagen, okay, alles klar, einen Verkäufer wollen wir hier nicht haben, weil der bietet uns nur irgendwas an, was wir sowieso gar nicht gebrauchen können. Der raubt uns die Zeit. Die gehen uns auf die Nerven und so weiter. Das ist das, was die denken. Das ist die Überzeugung von diesen Leuten, die dann dort eben in der Zentrale sitzen. Die denken kein Stück unternehmerisch. Und das musst du wissen. Und deswegen darfst du eben nicht als Verkäufer auffallen. Bedeutet, du solltest dich eben auch nicht so verhalten, wie ein typischer Verkäufer das tut. Was machen typische Verkäufer? Naja, schau dir an, was bringt man dir bei auf den allermeisten Vertriebsseminaren? Entweder, das habe ich früher gelernt, du sollst dich so ein bisschen mit der Sekretärin verbrüdern. Du musst, dass die dich mag, irgendwie musst du tun, so ein bisschen mit der Shaker, dass die dich irgendwie mag, weil wenn die dich mag, dann tut die dir ja einen Gefallen. Dann stellt die dich durch. Ja, vollkommener Quatsch. Aus meiner Sicht, ja. Weil diese Leute eben, da sitzt eben nicht das dumme Blondchen, die sind halt nicht blöd, sondern die wissen sehr genau, was du da versuchst. Und die wissen sehr genau, dass du sehr wahrscheinlich ein Verkäufer bist, wenn du dich schon so komisch verhältst, so künstlich freundlich, so überschwänglich freundlich. Schönen guten Tag, hier ist der Julian Manken. Hallo Frau Meier, ich grüße Sie, Mensch. So, das ist schon so ein typischer Einstieg von einem Verkäufer. Vermeide das. Auch so das andere Extrem, das wird auch auf vielen Vertriebsseminaren beigebracht, du musst einfach so ein bisschen schroff sein, so ein bisschen von oben herab. Ja, weil wenn du die so ein bisschen, wenn du so ein bisschen einen Druck aufbaust, so aus der Überforderung heraus, wird die dich dann durchstellen. Also auch das funktioniert nicht. Ja, wie gesagt, da sitzt eben nicht das dumme Blondchen, sondern da sitzen eben intelligente Menschen, die schon sehr genau verstehen, was du da versuchst zu tun. Und immer wenn du dich irgendwie künstlich verhältst, naja, dann sehen die schon, es kommt sofort bei denen auf den Radar, du bist wahrscheinlich schon wieder so ein Verkäufertyp. Und dann hast du es eben sehr schwer, dann kommt nämlich die Frage, okay, um was geht es denn? Hatten Sie denn schon mal Kontakt? Schauen Sie, schicken Sie doch erstmal eine E-Mail-Info-Ad. Wenn das denn interessant ist, dann meldet sich jemand bei uns, bei Ihnen. Ja, so, meldet sich keiner, guckt sich nämlich keiner an. Und das ist eben, du darfst nicht als Verkäufer aufhalten. Du musst dich eigentlich so verhalten, wie es jemand tun würde, der mit dem Chef schon in Kontakt steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist Grundregel Nummer 1. So, Grundregel Nummer 2 ist, und das ist eben auch sehr wichtig, achte mal drauf, du musst langsam, klar und deutlich sprechen. Das klingt zwar so selbstverständlich, aber ich sehe das immer wieder bei den allermeisten da draußen, die sind so ein bisschen nervös, wenn sie ins Sekretariat kommen. Die sind so ein bisschen angespannt und die denken sich, oh, nicht, dass ich gleich wieder abgewimmelt werde. Und aus dieser Nervosität heraus fangen wir Menschen an, schnell zu sprechen. Ja, aus der Nervosität heraus. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, Menschen, die so ein bisschen unsicher, ein bisschen nervös sind, die sind immer so sehr schnell und sehr hektisch in der Bewegung und in dem, was sie tun. So, wenn du jetzt sehr schnell und sehr hektisch rüberkommst, dann wirkst du nervös und wenn du nervös wirkst, dann wirkst du so, als hättest du was zu verbergen. Und wenn du so wirkst, als hättest du was zu verbergen, dann frag die erst recht nach, um was geht es denn. Das heißt, du provozierst diese Frage damit, dass du zu schnell sprichst. Achte auf dein Sprechtempo, das ist ganz, ganz entscheidend. Und die dritte Sache ist, du musst so ein bisschen die Überzeugung haben, es ist eh selbstverständlich, dass ich durchgestellt werde. Umso mehr du mit dieser Überzeugung am Telefon agierst, desto besser wird es auch funktionieren. Umso mehr du selber zweifelst und unsicher bist, umso mehr Ablehnung wirst du auch bekommen. Wenn du aber diese Einstellung hast, es ist jetzt selbstverständlich, dass ich durchgestellt werde, dann drückst du das über alles, was du tust, über deine Stimme, über dein Wording, du drückst das darüber aus und dann wird es auch wirklich weniger in Frage gestellt. Es gab mal vor ein paar Jahren ein Experiment, das wurde gemacht, ich glaube in einem Hotel, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber in einem Hotel, da wurde gewettet, mit dem Hoteldirektor, wir schaffen das, aus deinem Hotel ein Zimmer komplett leer zu räumen und zwar ohne, dass einer ihrer Mitarbeiter uns aufhalten wird. Und der Hoteldirektor hat gesagt, das glaube ich nicht, ich glaube meine Mitarbeiter, die werden sich schon aufhalten, also einfach so die Böbel raustragen, das kriegt da keiner hin. Und die sind diese Wetter eingegangen und jetzt haben die das mit versteckter Kamera gefilmt. Und was haben die gemacht? Die sind rein, die haben sich eine Warnweste angezogen, die haben sich einen Leiter unter den Arm geklemmt, sind zur Rezeption und haben wie selbstverständlich gefragt nach der Schlüsselkarte für Zimmer Nummer 103. Und weil die das so selbstverständlich gemacht haben, als hätten die da wirklich irgendeinen Auftrag auszuführen oder so, haben die tatsächlich diese Karte auch bekommen. Und die sind dann hochgegangen und mit der absoluten Selbstverständlichkeit haben die da Tische, Stühle immer an der Rezeption vorbeigetragen, raus in den Lieferwagen. Total irre. Die Mitarbeiter haben zwar ein bisschen komisch geguckt, aber dadurch, dass da so eine Selbstverständlichkeit dabei war, haben die das auch nicht wirklich in Frage gestellt. So, und das hat funktioniert, die haben das ganze Zimmer hinterher leergeräumt und das ist eben immer so im Leben, umso selbstverständlicher du in eine Situation reingehst und auch mit dieser Einstellung reingehst, ist es jetzt selbstverständlich, dass ich durchgestellt werde umso besser wird es funktionieren, weil umso weniger wird dann das, was du sagst im Sekretariat hinterfragt. Also das sind die drei Grundregeln. Du darfst nicht als Verkäufer auffallen, du musst langsam klar und deutlich sprechen und du musst mit der Selbstverständlichkeit reingehen, es ist eh klar, dass ich durchgestellt werde. Du darfst da selber gar keinen Zweifel dran haben. Und wenn du das so umsetzt, dann ist es fast wie Magie, weil wenn du dann noch das richtige Wording hast, dann funktioniert es tatsächlich in ungefähr 90% der Fälle, dass du wirklich durchgestellt wirst, ohne dass irgendwelche lästige Rückfragen kommen. Und wenn dann doch mal die Frage kommt, um was geht es denn? Wenn dann doch mal die Frage kommt, um was geht es denn da genau? Hatten Sie schon mal Kontakt? Oder wenn die sagen, schicken Sie mal erstmal eine E-Mail an Info-Ad, wie da die richtige Reaktion drauf ist, das verrate ich zum Beispiel in meinen Trainings. Und wenn du sagst, Mensch, ich finde die Inhalte auf YouTube schon richtig gut und ich habe Lust da, das meiste für mich rauszuholen und ich interessiere mich für ein Training und ich will mal wissen, kommt das für mich in Frage oder nicht? Wie sieht das eigentlich aus? Was kostet das? Und so weiter. Das sind alles Fragen, die wir beantworten im kostenlosen Beratungsgespräch und wenn du Lust drauf hast, dann kannst du dich gerne über den Link unter diesem Video eintragen. Dann führen wir beide nämlich mal ein Gespräch, halbe, dreiviertel Stunde. Wir schauen mal, wo stehst du jetzt gerade? Wo willst du hin? Was ist der Weg dahin? Was ist das richtige Training vielleicht für dich? Und dann kannst du einfach mal für dich auch ein Gefühl entwickeln, Mensch, ist das was für mich? Passt das oder nicht? Ja, und dann sprechen wir einfach mal ganz locker drüber. Wenn du Lust hast, trag dich also ein. Ansonsten gib mir dein Feedback gerne mal in den Kommentaren. Like nicht vergessen und abonniere den Kanal, wenn du Lust hast auf mehr solcher Videos. Dann freue ich mich schon, wenn wir uns entweder bald persönlich hören oder in einem der nächsten Videos wiedersehen. In dem Sinne, ganz liebe Grüße, dein Julian.